Wo ist Jakobo? Da ist Jakobo. Ich muss mich nur beherrschen. Ich glaube ich folge ihm lieber oben drüber. Also ich folge ihm lieber indem ich hier hochklettere. Was geht hier vor? Sind sie zu spät? Mich haben sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Hä? Wom geht's? Vielleicht haben sie dich ja doch gesehen. Die werden sowieso, die werden dich erwarten Ezio. Das sind keine Anfänger, die machen den Job länger als du. Okay, da fällt jetzt eine Leiche runter. Fällt dem die Leiche auf? Ja, oder? Ja, denen fällt die Leiche auf. Okay, da hinten gehen sie also rüber. Da ist Jakobo. Was planst du mit den anderen Jakobo? Das frage ich mich auch gerade, was die planen. ... ... von Rache repenten und von Justizia stirbt. Gut, danke. Tu mir alles den Gefallen und roll nicht runter. Dankeschön. Okay, da muss ich da durch. Das geht sogar halt easy. Schnauzen. Schnauze. Okay, jetzt laufen wir hier ein bisschen parallel. Die Frage ist jetzt natürlich, wo er überhaupt hinläuft. Ja. Wahrscheinlich. Ich bin zu weit gelaufen. Scheiße. Ich wollte mich da vorne in dem Ding verstecken. In dem Wagen. Genau. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Wo bin ich denn jetzt? Die Schnauze. Ich würde den so gerne Attentat auf den Fall üben. Sind keine Wachen auf den Mauern. Das ist ja richtig im Arsch. Ja, er hat mich entdeckt. Verdammt. Ich wollte eigentlich da mit einem Hechtsprung rein. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Oh, Mann. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Ich darf nicht zu weit von dem weglaufen. Und da. Ich muss ihn immer im Blickwinkel haben. Also immer sehen. Wenn ich mal kurz weggucke, könnte er verschwinden. Ich werde dann wohl langsam hier runterge... nicht... wenn ich die Möglichkeit überhaupt habe. ne... geht aber nicht so aus. Ne. Vielleicht sollte man ihn aufhalten. Ja. Da sind Menschen. Menschen. Und da ist Jakobo. So leicht. So leicht, ein Attentat zu machen. Okay. Da sind aber eine Menge Wachen. Okay. Der geht runter. Der bleibt oben drauf. Hey. Wer ist das dort drüben? Ein Heerführer? Er stolziert auf jeden Fall wie einer. Warum die Kapuze? Lass ihn nicht! Okay. Ich darf auch nicht entdeckt werden. Das ist ja scheiße, Alter. Ja. Lass dich kaputt hauen. Na komm. Na komm. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Oh, das war knapp. Oh, das war sauknapp. Ich stelle mich mal hier zu den Typen. Ich werde die auch gleich mal anheuern, glaube ich. Was einfach die Bewandtnis hat, dass ich echt... Wie mache ich denn das? Weil ich musste hinterher. Frage ist wie. Na, Bro. 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 Sperrgebiet. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Ja, okay. Einfach reingesprungen. Es reicht, glaube ich. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ja, das stimmt. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich... Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den die Medizianer Waffen nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Tod. Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was! Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nee. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine! The Hook. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Ich hätte sie gerade töten können, wo? Da! Stopp ihn! Wir kriegen dich doch! Okay, erstmal den da erledigen. Da Hook! Was hat denn für ein Bug? Alter, was da im Rumstöhnen ist. Und jetzt lauf. Habe ich gemacht. So, jetzt haben wir nur noch entkommen. Das verlieren immer weniger, immer mehr die Spur. Hält uns dann bestimmt Pferde. Oder? Muss ich jetzt... Muss ich jetzt... Sequenz 5 beendet. Nice! Das ging schnell. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich geportet. Jo, da werden wir geportet. Schön. Schön. Okay,